Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile vom Relax-Sessel 7918 von Himmola hier in Größe small, elektrisch, mit Fernbedienung, in Büffelleder grün oder Büffelleder, wie heißt das? Kiwi, okay der Sessel ist drehbar, für mich ist der jetzt etwas zu niedrig, das sehen Sie hier aber ideal für Personen bis 1,70, ich bin 1,83 und hat hier diese Fernbedienung per Bluetooth gesteuert Sie müssen drei Sekunden auf diesen Knopf drücken, bis es zappelt jetzt ist offen und jetzt kann ich hier, die untere Taste ist fürs Fußteil kann ich das Fußteil rausholen geht etwas langsam, finde ich, aber okay in der Ruhe liegt die Kraft, das ist der Rücken und das ist der obere Rücken, damit ich Fernsehen schauen kann sehr bequem, muss ich sagen toll, eine weiche Matte und dann doch eine tolle Lendenwirbelstütze Fußteil, Rücken, Oberrücken passt alles, ich kann auch so Hals stehen bleiben, das ist der Vorteil vom Elektrischen gegenüber dem Manuellen, wo das kaum geht also für eine nette Dame, die nicht zu groß ist ein toller Sessel, Wasserbüffelleder, macht einen auch einen strapazierfähigen Eindruck einen natürlichen Eindruck, drehbar, Sie sehen jetzt hier den Anschluss wie eine Steckdose von Himmola, Sie können einen Akku nachrüsten die Fernbedienung ist dabei, die haftet hier an dem Metall ist aufgeräumt und Sie sitzen hier wirklich gut drin Nachteil, hoher Preis Nachteil Nummer 2, wenn Sie größer sind wie 1,70 nicht geeignet und Nachteil nur in grün bei uns, sonst regulär können Sie sich natürlich den bestellen Advertising, profischnapp.de hat im Frühjahr 2020 ein Messestück nämlich genau dieses im Bestand tun Sie mal auf profischnapp.de oben rechts 7918 eingeben dann kommt dieser Sessel und wenn Sie mal nichts zu tun haben, wenn es Ihnen langweilig ist wenn Sie nicht wissen, wohin mit Ihrer Zeit dann kommen Sie zu uns nach Empfingen, 50 Kilometer südlich Stuttgart direkt an der Bodensee Autobahn wir haben jeden Freitagnachmittag geöffnet und am Samstag und auch nach Vereinbarung Sie können auch zu einem anderen Termin kommen müssen Sie mich vorher aber kontaktieren vielen Dank, ein toller Sessel vielleicht bald bei Ihnen zu Hause Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de und tschüss